Hier machen wir nochmal zu So So wie tief werden wir gehen Das ist jetzt die Frage Also bis hier müssen wir noch Das ist klar Ist ganz lustig das Teil Aber einfach ein bisschen zu schnell Um hier präziser arbeiten zu wollen Ich glaube wir nehmen die dafür Das sind auch nur noch 2-3 Schläge Okay wir kleiden das natürlich noch alles aus Nachher Das soll hier nicht so bleiben Aber das kommt später Dafür müssen wir erstmal Holz farm Oder Stein Ich weiß noch nicht aus was wir das bauen Ich glaube aber eher Holz Wir haben sehr viel Stein hier oben Dann finde ich Holz als Kontrast gar nicht so schlecht Fackel könnten wir gebrauchen Moment Haben die noch irgendwo Baumwolle Hatten wir nicht davon noch irgendwo was Hier haben wir Seide Seide haben wir auch so mit Hier auch Da haben wir doch noch ein bisschen Baumwolle Sind noch 8 Hatten wir nicht noch mehr Sag mal Ne Haben wir alles verbraten Okay Ähm Fackeln 1,2,3,4 Reichen erstmal Ich weiß nicht ob wir noch eine andere Lichtquelle haben Mal gefunden Oh hier haben wir noch 50 Stück Ich glaube eher das Holz geht aus Ja Es ist uns ausgegangen Naja okay Ähm Laterne haben wir auch jetzt Dann machen wir die doch erstmal hier hin So Dann nehmen wir das mal weg hier Ja Manchmal haut auch die Axt schnell Also Hier will ich nämlich gar nicht mehr lang Denn ich will jetzt hier runter So Dann machen wir uns hier nämlich eine kleine Treppe Hm Okay Stein nehmen wir natürlich mit Ziehen wir nachher vielleicht auch noch raus Mal schauen Kann ich euch jetzt noch nicht sagen Ob wir alles rausziehen werden Aber Stein können wir eigentlich auch nicht zu wenig gebrauchen Also davon werden wir bestimmt auch noch Das zweite Stockwerk muss ja noch kommen Also muss nicht Soll Weil ich das so will Für unten daher Für die Räume können wir den Hammer gut gebrauchen Obwohl für hier Achso wir müssen nachschleifen Das ist das Problem Gar nicht drauf geachtet War selten dämlich Naja Eigentlich muss die Linie bleiben Damit wir dem treu sind hier Gut Und ich würde sagen Jetzt Nehme ich schon wieder die So aus Versehen mit raus Machen wir mal hier ein bisschen Platz Dann geht es da noch ein kleines Stück nach rechts Und dann Achso die kann hier mit raus Haben wir wieder Dreier Ja ist sogar eine Vierer geworden Blödsinn Blödsinn Jetzt überlege ich mir gerade was Ähm Ne wir machen erstmal jetzt ein großes Feld einfach Leer Jetzt geht hier richtig die Party ab Mit dem Teil Ja geht schön schnell auf jeden Fall Finde ich Ist schon ein Unterschied Ähm So Nein den auch Ja Wir machen erstmal einen Weg hoch Damit wir jetzt hier erstmal auf Masse kommen Genau so Läuft doch Ja muss schön groß werden unser Keller Wir haben ja jetzt schon immer viel Kram Und wer weiß was wir noch alles finden werden Und ich möchte oben Nur noch die wertvollen Sachen haben Und hier unten Erde Steine Setzlinge All sowas Lagern Okay jetzt muss ich selber mal gucken Wir sind ziemlich weit Ähm Wir können ja mal hier eine Fackel als Anhaltspunkt so Da Und dann machen wir mal hier wieder Also mit dem hier geht das so wahnsinnig schnell jetzt Echt gut dass wir den vorher noch gebaut haben Den anderen fand ich ja schon genial Aber der hier Toppt ja alles Ach schon wieder Sind wir hier Erde ziehen wir natürlich nachher Äh Erde Kohle ziehe ich nachher natürlich auch noch raus Ich überlege wir müssen nachher noch auf jeden Fall Tiefer Zwei oder so Denn bis jetzt haben wir nicht viel Höhe Wir hätten aber auch nach oben hin noch Spielraum ein wenig Ähm So Nein Nein War klar Wir machen wir mal hier Höher kommen wir mit dem nämlich nicht Hier Ich kann das ganz nach oben Klick wie ein verrückter Geht nicht Das ist ganz gut Dann hat man so ein Abstandsmaß In dem Sinne Und kann nicht zu hoch Ich muss wieder alles auskorrigieren Natürlich Bei meinem Talent wäre das Wahrscheinlich schon längst passiert Ach schon wieder die Fackel erwischt Das ist bisher nachteilhaft Aber okay Können wir mit leben Was Na dann nehmen wir das hier auch noch raus Hä Achso Immer vier versuche ich auf ein Mal Okay das waren nur zwei Waren wir nur zwei Okay mit Kohle abbauen Ist ja auch ein Witz hier mit Wir machen erst wieder so Das geht schneller So Wieder vier Oh Machen wir die zwei Ich hoffe Wird das schön groß Auf jeden Fall Hier kommen wir nicht Genau Jetzt muss ich aufpassen So noch ein bisschen nach da Weil hier geht nicht zu weit Denn hier ist irgendwann das Ende Schauen wir mal Aber das reicht glaube ich Ach es geht das schön schnell Okay wir machen echt so Und dann gleich auf dem Rückweg Drehen wir uns rum Und dann machen wir zwei hoch Immer Versuchen da auch immer alle vier Geht leider nicht immer Aber es geht echt schnell Da können wir uns nicht beschweren Achso noch ein Oh da ist schon der Rand Dann müssen wir uns was einfallen lassen Und das einbauen können mit Nicht dass wir in einem künstlichen Dungeon erzeugen Oder so Ja ne bei unseren Sachen muss es nicht sein So das wäre das ganz cool Hälfte vergessen Hm Da müssen wir mal schauen gehen Ne sieht doch alles super aus Wir müssen eben halt ein bisschen ran bauen Machen wir dann wenn es soweit ist Wenn wir von da aus kommen So jetzt wird das mal geschliffen hier Und noch einmal Also wird passieren Dass wir ran bauen müssen Wir wollen ja bis hier hin So falsch So wollen wir Sehr gut Und So Durch Na manchmal treffe ich unten Wenn ich habe Sorge Dass wir dann Ans Ende der Welt kommen So Und Das halten wir Und nach oben Oh Das sollte nicht passieren Nein Müssen wir ausbessern hier Erstmal mit Erde Treffen wir nicht ne Nein Ich habe immer Sorge Dass wir es treffen Okay Hier haben wir erstmal Luft Ich weiß nicht Gehen wir noch einen tiefer Ich glaube schon ne Also 5 hoch muss es glaube ich sein Damit es dann Vernünftig aussieht Lieber jetzt Weil da müssen wir das Sonst nachher eh angleichen Ähm Lieber so Lass uns dazwischen So Das hätten wir Und hier hoch Leider können wir nicht gleichzeitig laufen Ich muss mal klicken Und dann Einen Schritt gehen Und wieder klicken Und Bisschen schade Ja Nur ein Nein Nein Das ist geil Das ist geil Sonst würde das ja nichts spielen Von daher Sind nur Verbesserungsvorschläge Als wenn das jemand interessiert Was ich sage Vorwärts Vorwärts Gott wohin Nachher mit der ganzen Erde Weiß ich noch nicht Hab ich noch keine Idee Ich würde wahrscheinlich Nachher eine Erde Truhe machen So Okay Wir können uns nicht beschweren Mit der Spitzheikel Hätten wir echt eindeutig Viel länger gebraucht Als jetzt Na sammeln ein Ich überlege gerade Wir hätten noch einen tiefer Gemusst Weil Auf der Schicht Soll ja dann nachher Stein oder Holz kommen Wo wir jetzt laufen Und nicht Erde Vielleicht machen wir lieber Einen nochmal hoch Ja Machen wir dann nochmal Mit der Spitzhacke Denn da kommen wir Unendlich weit ran Nicht zu tief Sonst kommen wir wirklich Irgendwann ans Ende Wir kommen jetzt schon Nicht mehr an den Deswegen gehen wir Einen rauf hier